damit endlich mal das auch mal kommt. Willst du eine Maske? Ich sag nein, ich will keine. Willst du eine Maske? Nein, 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 ich will keine. Willst du AFFB zwar? Na, 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 ich scheiß drauf. Willst du sie hätte tragen? Na, 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 ich brauch den Dreck nicht. Willst du AFFB zwar? Sorge na, ich will keine. Ludwig ist doch mal strenger. Verordnet in Wien weiterhin an. Danke, Herr Ludwig, für nichts. Auch wenn Sie Angst haben. Und ich habe eine Idee, Herr Ludwig. Lassen Sie doch den gesunden Menschen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen will oder nicht. Willst du A eine Maske? Sie machen Österreich einfach nur halbwegs gut gelaunt. Aber Wien machen sie derartig nieder, dass einem schon das Kotzen und das Essen vergeht. In diesem Sinne habe ich die Ehre. Ja, das ist drohin, denn... Ich bin so, was Sie da... Untertitelung des ZDF, 2020